Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge DAISY STANDALONE. In der gestrigen Folge habe ich ja einen Friendly-Spieler kennengelernt auf einem Friendly-Server und wir waren auch total friendly zueinander. Von daher wollen wir mal gucken, was heute passiert. Ich will jetzt mal nach Czerno zurücklaufen. Ist ja nicht allzu weit, hier oben beginnt ja schon der Plattenbau und bin mal gespannt. Ich habe ja auch von HabkeineLust, der hat ja gepostet, ich soll mal wieder PvP machen. Oh, wollen wir mal gucken. PvP kann man allerdings auch erst machen, wenn man eine Waffe hat. Von daher, boah, ist das am Leggen, ey. Gehen wir mal nach Leg City und gucken mal, ob wir Pfirsiche finden. So, wie sehen denn die aus? Pristine noch. Essen wir mal weg. So, ich weiß gar nicht, ob es in diesen Gebäuden irgendwie Loot gibt. Wie es aussieht, ist nicht mal eine offene Tür. Man kann hier über den Schacht nach oben. Gucken wir hier mal. So, würde mich mal interessieren, ich habe diese Dinger hier noch nie gelootet. Da oben ist so Desinfektionsspray. Eben habe ich eine Misscreated aufgenommen. Und der Kogitär hat sich hier ein Stühlchen hingestellt und geguckt, wie die Zombies kommen. Da habe ich die Bitte, falls euch das interessiert, einfach mal reinzuschauen. Ist ja auch eine Art DayZ. Jetzt sind wir wirklich im Kreis gelaufen, wie auch immer. Auch eine Art DayZ. Und da würde mich einfach mal interessieren, ob ihr da mehr von sehen wollt oder auch nicht. Einfach mal bitte reinschreiben. Ich habe mal nach einer Alternative geguckt, die nicht gleich wieder so, also schon ein Survival-Game, aber die nicht gleich wieder so DayZ-mäßig ist, wie das Arma 3. Beziehungsweise Breaking Point. Boah, so wie es aussieht, liegt hier nicht wirklich was rum. Auf den Balkonen wahrscheinlich auch nicht. Naja, komm. Es dauert alles viel zu lange hier, diese unzähligen Dinger zu durchsuchen. Da hauen wir gleich wieder ab. So, eine kommen wir noch runter, glaube ich. Und dann müssen wir hier... Hä? Ah, selbst verarscht. So, noch ein hoch. Man klettert doch nicht so weit. Doch, tut man. Na gut, dann wieder runter. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Stockwerke sind, die man diese Leiter hier erklimmt. So, wir brauchen aber nichtsdestotrotz zumindest irgendein Gewehr oder weiß der Geier was mit einer Makarov hier rumstenkern. Das wird, glaube ich, nichts. So, laufen wir erst mal. Ich glaube, mit dem Server hier stimmt sowieso schon mal was nicht, weil hier nicht ein Zombie ist. So, achso, überhaupt mal gucken. Unter den Autos könnte auch Loot liegen. Äh, wie voll der Server ist. Naja. Es geht. Na, jetzt wirklich nicht ein Zombie. Schon eher seltsam. Na gut, aber ich wollte es mal wieder nachschauen hier. Ob hier sich irgendwas geändert hat. Sieht aber nicht so aus. Ah, in dem Shop hier, da wird wohl keine Waffe rumliegen. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal eine gesehen habe. Aber wir gucken mal. Na, jetzt bleibt man wieder häufiger an solchen Sachen hängen. Das ist auch so ein bisschen... Gastkocher braucht kein Mensch. Schulrenzen brauchen wir auch nicht. Na komm, laufen wir gleich hier raus. Ah, ein Zombie. Oder ein Soundbug. Nein, ein Zombie. So, kriegt erst mal gleich einen an. So, wo laufen wir denn mal lang? Garagen sind immer gut. Aber eigentlich auch nur so für Rumgebimmel. Nicht für wirklich Waffen. Die habe ich ja auch noch nie gesehen. Knicklicht, was zu essen. Haben wir aber, glaube ich, genug. Laufen wir mal hier runter. Und dann sind wir auch schon gleich in Cerno angekommen. Ne, nicht die Plämpe ziehen. Jetzt lauf doch mal. So. Sind wir in Cerno angekommen. Und dann bin ich mal gespannt, ob da wirklich so viel los ist. Also es soll ja da in den Häusern sehr viel Loot zu finden sein. Was ich persönlich echt nett finde, weil in den Städten war ja gar nichts mehr los. Klar, zum einen, weil sie beim einen oder anderen extremst lecken. Auch bei mir. Entschuldigung, läuft das nicht butterweich? Das hakt und leckt. Aber wie gesagt, irgendwann werden wir vielleicht das noch erleben, dass da noch eine neue Engine geliefert wird. Und vielleicht haben sie die dann optimiert, dass man auch in den Städten Spaß hat. Dann sollen sie eben mit den Sichtweiten runtergehen und die Polygone ein bisschen einschränken. Aber es sollte ja machbar sein. Andere, sagen wir mal, Ego-Shooter wäre ja da so eher der Maßstab, zeigen ja, dass es geht. Und weil da auch viel Tapete gezeigt wird und es oft eben begrenzte Level sind. Und so. Na, hier hat auf jeden Fall schon mal einer seine Taschenlampe abgelegt. Und der Server ist nicht mehr so ganz frisch hier. Genau, 15 Uhr. Aber ist halt ein deutscher Server gewesen. Und das ist mir doch wichtig, damit man eben mit den Leuten auch wirklich ohne Probleme kommunizieren kann. und nicht 10.000 Vokabeln in Englisch nicht mehr kennt und dann nur die Hälfte versteht. Gerade wenn das so ja, umgangssprachlich gesprochen wird, dann Oh. Hatte ich da nicht ein Magazin für? Ich weiß gar nicht, was da reinkommt. Können wir aber auch gleich in Ruhe probieren. Aber erstmal muss ich mir das Ding auch noch rausziehen. Immer noch besser als eine Sporter. Und wie ich finde, passt sie sich farblich schnieker an mein Outfit an. Krützel. So. Da wollen wir mal gucken. Einfach hier. Ah, das ist schön. Die Geräusche sind ein bisschen der Türen sind jetzt echt besser. Komm, hinein damit. Und das essen wir auch direkt auf. Und das essen wir auch direkt auf. Wo das immer gefährlich ist, jetzt an der Zucchini hier, mampft ja eine ganze Weile. In der Zeit kann man schon, bis man das gecancelt hat, Tür offen, obwohl, naja, sagt ja nicht wirklich noch was aus. Ne, die sehen nicht gut aus, die Schuhe. Die will ich nicht. Außerdem kann ich meine Schuhe ja jetzt selber reparieren. Mit meinem Lederer-Set. So, hier mal rein. Also es scheint sich den Aussagen nach von ich habe keine Lust. Oh, Weapons-Flashlight. Hm, da packen wir die Batterie rein. Und nehmen das dann auch gleich mit. Wer weiß, wer weiß. Wenn wir mal in das Teil können wir es garantiert nicht bauen. Genau. Ohne Banane. Hinein damit. Ja, doch. Also es liegt zumindest jetzt mal so in den ersten zwei, drei Häuschen. Lag ja schon ein bisschen Loot rum. Was ist denn das? Blue Dry Bag. 28 Slots, 30 Slots. Achso, das ist so ein wasserdichtes Gedingsel. Hm. Ist zwar wasserdicht, aber weniger Slots und ziemlich blöde gefärbt. Nein. Das möchte ich nicht, auch wenn es neu ist. Oh, was zu trinken. Hot. Achso, ja, die Jacke ist zu warm wahrscheinlich. So, wir haben zwar schon eine Waffe geflossen. Was ist denn das da? Oh, eine Feldflasche. Warte mal eben gucken. Ich habe glaube ich nicht die richtige Moon. Doch. Einmal können wir schießen. Ah, eine SKS wäre mir lieber. Drink all. Komm. Wie passt denn da eigentlich rein? sechs. Oh, man fällt nicht mehr um. Eigentlich wollte ich das gerade anders machen. So, jetzt. Das führen wir da rein. und nehme die mit. Einfach, weil ich es kann. Ne, weil ich es schicker finde und ich glaube, da passt auch mehr rein. So, hole ich da was rum. Was zu nähen. Okay, das kann man damit nicht flicken. Weiß gar nicht, das geht auch nicht. Nö, dann lassen wir es auch liegen. Und looten mal wacker weiter. Wahrscheinlich es zu stimmen. Also in den Städten liegt zumindest mal ein bisschen mehr Loot rum. Hat zumindest so nach den ersten drei Häusern so den Eindruck. Ich will jetzt auch nicht komplett scherne hier jedes Haus begucken. Hier liegen nur Mützen und so ein kleiner Rucksack. Interessant ist natürlich auch so Feuer, Wache, Polizei. Ein Walkie-Talkie, nein, das wollen wir nicht. Oha. Nicht wieder die Treppen runterfallen. Hier liegt auch nichts und auch hier nicht. So, in der heutigen Miss-Created-Folge, da gibt es auch einen Toten. Also, wen es interessiert, da meinte einer, den Dillmann angreifen zu müssen. Wie das ausgeht, könnt ihr euch selber angucken. So. Laufen wir mal da rein. Ich weiß gar nicht, in welchen Gebäuden denn dann Waffen zu finden sind überwiegend. Können wir hier nochmal hoch? Da liegt doch irgendwas. Das ist eh nur ein Walkie-Talkie. Und hier lag auch was drin. Alter Brenner. Walkie-Talkie ist wie Sand am Meer hier. So, hier verstecken sich ja gerne die Sniper. Aber ich schätze, dass es allen so gehen wird, dass man relativ schwer an Zeug kommt. Von daher wird es wahrscheinlich noch nicht so viele Sniper geben. so, jetzt müsste hier irgendwann aber matter ist sie. Die geliebte Polizeistation. Komm, die machen wir jetzt noch schnell. Da kommt ja so ein Krakeler. da ist einer im Haus, glaube ich. da hinten läuft er. Hat er gerade wahrscheinlich hier drin gelootet. so wie ich das sehe, brauchen wir jetzt hier gar nicht mehr rein. Aber wir gehen trotzdem mal gucken. hier können wir auch noch mal durch, aber eigentlich das ist auch neu. Ich höre zum ersten Mal hier Glocken. Nee, das ist ratzekal leer hier. Ja, der war wohl gerade schon drin. Obwohl, wir gehen trotzdem mal nach oben. vielleicht liegt hier auch nichts. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Wir sind heute hier nicht über den Haufen geschossen worden. Boah, was hakt das jetzt? Nicht über den Haufen geschossen worden und haben auch niemanden über den Haufen geschossen. Aber es scheint sich zu bewahrheiten, dass in den Städten ein bisschen mehr Loot liegt. Eine Waffe habe ich noch nicht gefunden. Gut, auf der Straße liegend diesen blöden Karabiner, der ist ja eigentlich die unnützeste Waffe schlechthin. Man braucht ein Magazin und richtig schaden macht es auch nicht. Wie dem auch sei, für heute ist Schluss. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.